Die Bühler-Med-Fachpraxis für Naturheilkunde und Darmerkrankungen in der Osterstraße in Hamburg-Eimsbüttel verbindet Fürsorge und Qualität auf höchstem Niveau für Ihre Gesundheit. Wir wollen einen Unterschied in Ihrem Leben machen. Dafür nehmen wir uns Zeit, bilden uns national und international ständig weiter. Unser Beruf ist unsere Leidenschaft. Neugier ist unser Motor. Ihre Gesundheit ist unser Ziel. Als Spezialisten im Bereich Darmgesundheit ist es uns ein Anliegen, Sie optimal auf dem Weg zur Gesundung zu unterstützen. Der Darm ist das Zentrum unserer Gesundheit und steht im Fokus unserer Behandlung.